Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Kiara Schoss-Seinpur. Vor ein paar Tagen haben die Europawahlen stattgefunden und wir hatten, ich denke, das kann man so sagen, einen massiven Rechtsruck, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und dieser ist in Teilen Europas noch deutlich stärker ausgefallen als in Deutschland. Bevor wir da mal eintauchen und die deutsche Situation besprechen, die gesamteuropäische, was sind die Konsequenzen gewesen, zu was hat das geführt und was ist unsere Interpretation davon, würde ich gerne Kian fragen. Kian, du über den Teich, wie hast du das Ganze empfunden? Also erstmal grüß dich, Philipp. Grüße an alle Podcast-Zuhörer. Wir haben ja schon gesagt, diese Wahl, die jetzt passiert ist in Europa, die hat einiges bewirkt in der Magnitude. Wir haben es mitbekommen, der belgische Premier ist zurückgetreten. In Frankreich, der Präsident Macron hat Neuwahlen ausgerufen und das Parlament zurückgerufen und so weiter und so fort. Also massive Auswirkungen, die diese Europawahlen jetzt auch auf nationaler Ebene in den verschiedenen Ländern hatten. Und ich muss sagen, es gibt zwei Dinge, die mir persönlich besonders aufgefallen sind bei dem Ergebnis oder beim Umgang mit dem Ergebnis dieser Europawahlen, die ich sehr erschreckend fand. Zum einen, wie stark, obwohl die Stimmen auseinander gehen, obwohl es ein Wahlergebnis ist, das heißt, demokratischer geht es ja nicht, die Menschen haben abgestimmt, wird das von einigen Politikern, von vor allem den Politikern, die jetzt hier schlechter abgestimmt haben, als das Ende der Demokratie bezeichnet, als einen schlechten und einen schwarzen Tag für die Demokratie, weil gewählt wurde, demokratisch und nicht für sie entschieden wurde. Das zum einen, also was ich damit ausdrücken möchte, für mich in meinen 24 Jahren, in denen ich jetzt auf dieser Erde bin und lebe und es mitbekommen habe, habe ich noch nie so mitbekommen, wie krass ungefähr, in Anführungsstrichen, sich gegenüber dem Wahlergebnis verhalten wird und wie krass die Wähler, weil es sind ja nicht nur Parteinamen, dahinter stecken ja Millionen von Millionen nominell von Menschen, die dann hier quasi diffamiert werden und wie mit Hass erfüllt auf die andere Seite geschaut wird und gesagt wird, nee, 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 das ist ganz schlecht, dass das jetzt passiert. Das zum einen, zum anderen muss man ganz klar sagen, was besonders bemerkenswert hier ist bei dieser Wahl ist, wie synchron das Ganze in den ganzen verschiedenen Ländern in Europa passiert ist. Also dieser Rechtsruck, der passiert ist, dass hier konservative und auch eher rechtsgetrimmte Parteien auf dem politischen Spektrum gewählt wurden, ist ja nicht nur in Deutschland passiert, sondern eben in dem Ausmaß auch tatsächlich deutlich stärker in anderen Ländern. Wie in Frankreich beispielsweise, 30 Prozent hat dort die Oppositionspartei von Marine Le Pen erhalten, während der Präsident, der amtierende Präsident nur weniger als 15 hatte, das gleiche in Belgien, bei uns auch, in Österreich auch. Also es ist ein Ereignis, was so und da muss man auch wirklich einfach schon logisch drauf schauen, in Sachen Gründe, Ursachen für dieses Ergebnis nicht mit Erklärungen auf nationaler Ebene abgefüttert werden kann, sondern es ist etwas politisch passiert, beziehungsweise es ist etwas passiert in Europa, was so für Unzufriedenheit, weil das ist ja, es ist ja ein Ergebnis der Unzufriedenheit, wenn die amtierenden Parteien nicht mehr gewählt werden, so für Unzufriedenheit gesorgt hat. Und deswegen finde ich es auch interessant, was auch, sorry, noch ein letzter, dritter Punkt, bevor ich dich sprechen lasse, Philipp, ich kriege das ja aus einer ganz anderen Linse mit. Ich persönlich, ich lebe nicht mehr in Deutschland, ich konsumiere keine Mainstream-Medien. Das Medium, was ich am meisten konsumiere, ist Twitter und ich befinde mich auf Twitter, beziehungsweise auf X, jetzt umbenannt von Elon Musk, in keiner politischen Bubble. Ich sehe auch keine rechten Leute, die irgendwas tweeten, sondern ich bin in einer Tech-Finance-Bubble, in der ich mich über Kryptowährungen und Finanzen und was geht im Weltmarkt und S&P 500 informiere oder was ist jetzt mit der neuen Apple Keynote passiert oder mit KI. Und was ich mitbekommen habe, ist, dass die Meinungen von den Menschen in dieser Bubble, es sind ja international Menschen, die einfach im Finanzbereich als Akteure unterwegs sind oder Influencer unterwegs sind, die das von außen betrachten, was die als Gründe nennen, warum die Wahlergebnisse so sind, wie sie sind in Europa, im Vergleich zu den Gründen, die von den Parteien genannt wird in den Medien, die nicht mehr gewählt wurden, das geht auseinander wie Tag und Nacht. Während beispielsweise, das habe ich auch in einem Ausschnitt mitbekommen auf Instagram, ich meine, das war in der Elefantenrunde, da wurde beispielsweise das wichtigste und brennendste Thema für die Deutschen in Deutschland wurde der Ukraine-Krieg genannt. Das ist das Thema, was die Deutschen am meisten beschäftigt. Das wurde dann von jemandem genannt, ich weiß nicht, ich weiß gerade leider nicht von wem genau, nagelt mich da nicht fest. Während, wenn ich mit meinen Freunden spreche, die in Deutschland leben, ganz andere Themen, für die wichtiger sind. Themen wie Migration, Themen wie innere Sicherheit und so weiter. Also da findet so eine krasse Disparität statt zwischen den Gründen und Ursachen, wenn man sich logisch damit beschäftigt, warum das Wahlergebnis so ist, wie das von außen betrachtet einfach objektiv beurteilt wird und was im Land und in diesen Ländern von den verlierenden Parteien und den Medien so nach außen getragen wird. Das sind so die Dinge, die ich extrem bemerkenswert fand. Ja, das ist sehr gut zusammengefasst, Kieran. Und ich denke, wie bauen wir das Ganze mal auf? Vielleicht eine Misconception, ein Missverständnis und als eine Falscheinschätzung, die viele Leute hier haben, die denken irgendwie, die AfD ist so stark geworden, wir haben jetzt irgendwie den krassen Rechtsruck der Rechtsextremen. Wer sich dieser, diesem Jargon, diesem Wortgebrauch, das anheim macht, wie beispielsweise in der Elefantenrunde ein Herr Lars Klingbeil, der die 16 Prozent der Wähler, die Partei, als auch Alice Weidel als Parteivorsitzende, allesamt als Nazis bezeichnet hat. Sie hatte ihn dann nochmal nachgefragt, ob er das wirklich so meint. Und er sagte, ja, die Nazis sind bedrohlich stark geworden. Ich glaube auch, dass das Ergebnis der Europawahl viele Menschen nochmal wachrüttelt, dass die Nazis bei dieser Wahl stärker geworden sind. Ich glaube, da wachen viele auf, kämpfen auch für die Demokratie. Also es wird etwas anderes sein, als das am heutigen Abend der Fall ist. Wen meinen Sie denn damit? Das wissen Sie, dass ich ja, wie Sie meine. Sie haben mich und die Partei gerade als Nazis bezeichnet. Okay. Wer das macht, der muss jetzt die gleiche Energie beibehalten und sich sagen, ganz Europa ist jetzt durchsetzt von Nazis, nationalen Sozialisten, die gleichen Leute, die im Dritten Reich damals gewütet haben. Und das ist eine Verharmlosung, die zutiefst widerlich ist. Es ist ein Kampfbegriff, der falsch eingesetzt ist. Und es ist am Ende des Tages auch Volksverhetzung, die hier begangen wird. Denn was ich mache ist, ich spiele die... Um dich da ganz kurz zu unterbrechen, Philipp. Es ist eine Verhöhnung des Begriffs Nazi. Absolut. Zum einen haben wir allein in Deutschland absolute Stimmen. AfD sind 6,3 Millionen Menschen gewesen. Zum einen sagt man, diese 6,3 Millionen Menschen sind Nazis. Zum anderen sagt man, das, was die Nazis ja wirklich waren damals, die Nationalsozialisten, die für den Tod von mehr als 6 Millionen Juden gesorgt haben, dass diese Menschen das Gleiche sind wie diese 6 Millionen Wähler in der Europawahl und das Gleiche wie in den ganzen anderen drumherum liegenden Ländern in Italien, in Frankreich, in Belgien, die sich für konservative Rechteparteien in dieser Wahl entschieden haben. Das wird den tatsächlichen Opfern der Nazis nicht gerecht. Damit verspottet man diese Opfer und damit verhöhnt man diesen Begriff. Ganz klar. Aber da sind wir angelangt und deswegen wird das ja auch von den Medien nicht zurückgenommen, weil sie sich ja selbst dieser Kampfbegriffe immer wieder zunutze machen. Sie nutzen sie. Es sind zum einen die linken Parteien, die irgendwann gesagt haben, okay, ab jetzt ist nur noch full out Nazi, Nazi, Nazi. Der Begriff, der ja in Deutschland sowieso schon inflationär immer wieder genutzt wurde, um jeden politischen Gegner mundtot zu machen, um ihn zu diffamieren, um ihn niederzudrücken, der ist jetzt plötzlich, jetzt haben wir gesagt, mit dem Flakgeschoss wird nur noch Nazi, Nazi, Nazi und jetzt werden gleich Millionen von Leuten. Das heißt also, in Europa gibt es jetzt Millionen, über Abermillionen Nazis. Denn die Parteien, die gewählt worden sind in anderen Ländern, sind teils deutlich radikaler als in ihrer Sicht, in ihrer nationalistischen Sicht, als es bei der AfD in Deutschland der Fall ist. Wenn wir uns das Ganze mal insgesamt anschauen, also ich glaube, da sind wir uns einig, das ist widerlich, diese Manipulation, dieser Kampfbegriff, der überall rumgeschleudert wird, alles nur noch Nazi, diese Diffamierung der Leute, genau diese Politikverdrossenheit, genau dieses Verhalten der Politiker ist einer der Gründe gewesen jetzt in Deutschland, warum die Leute sagen, wir haben die Schnauze voll, wir wollen nicht mehr von diesen Leuten, die unsere Wirtschaft nach unten gewirtschaftet haben, die unsere Sicherheit massiv in Gefahr gebracht haben. Wir haben jeden Tag, wie wir es die letzten Wochen ja auch berichtet haben, Messerstechereien. Es geht nur so weiter die ganze Zeit. Brutalste Gewaltverbrechen, die immer ignoriert werden. Die Energiekrise ignoriert, die Inflation wird ignoriert, die Teuerungsraten werden ignoriert. Es geht nur noch um Schwachsinn und dann wundern sie sich, wenn die Leute anders wählen. Wenn wir uns das Ganze jetzt aber mal ganz kurz anschauen, was ist hier eigentlich passiert? Werfen wir dazu mal einen Blick nach Österreich rüber, wenn es ja immer heißt, okay, die Österreicher, das ist der beste Vergleich, die FPÖ in Österreich ist vergleichbar mit der AfD in Deutschland. Die haben sogar die gleiche Farbe. Die ist jetzt aktuell gerade die stärkste Kraft geworden in Österreich. Mit einem Zuwachs von ganz knapp 10 Prozent auf 27 Prozent sind die jetzt angewachsen. Die SPÖ ist vergleichbar mit der SPD in Deutschland, liegt bei 23 Prozent. Und die österreichische Volkspartei, das ist die ÖVP, würde ich sagen, ungefähr so in Richtung, das ist eine Mischung zwischen SPD und CDU, in meiner Einschätzung jetzt auch eher links gerichtet, wie die CDU ja heute auch, mit einem Minus von 11 Prozent. Also die sind richtig hart abgestraft worden. Deswegen, was die Leute denken, ist, dass die AfD wäre jetzt so stark. Nein, an sich ist der Rechtsruck in Deutschland ein schwacher Rechtsruck gewesen, gemessen an dem, wie andere Länder in Europa, die wir jetzt besprechen wollen, wie die alle gewählt haben. Also wenn wir uns das mal anschauen, hier vernichtende Niederlage. Belgischer Ministerpräsident de Croix tritt zurück, schreibt hier Euronews. Der belgische Ministerpräsident Alexander de Croix hat bei den Parlamentswahlen in Belgien weniger als sieben Prozent der Stimmen erhalten. Die Euroskeptische Neue Flämische Allianz erhielt 22 Prozent der Stimmen. Das sind ganz andere rechtsnationalistische Parteien jetzt am Werk, die gewählt wurden. Demokratisch gewählt von den Leuten, weil sie sagen, ihr seid solche Versager, die bisherigen Parteien. Wir wollen euch nicht mehr. Und wohlgemerkt, das ist die eurokritische Partei in Belgien, dem Sitz der Europäischen Union. Das heißt, dort, wo die Europäische Union sitzt, sagen immer mehr Leute, wir wollen das nicht mehr haben. Wenn wir weiterschauen, Meloni siegt mit großem Abstand, schreibt hier die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Brüder Italiens setzen ihren Höhenflug fort. Sie steigerte ihr Wahlergebnis 2019 um mehr als 22 Punkte. Meloni ist wahrscheinlich damit mit ihrer Partei die stärkste Rechtefront jetzt innerhalb Europas, weil sie insgesamt am meisten Macht in ihrem Land haben. Aber auch, wenn wir uns beispielsweise die Elektion des Europäers 2024 der Spanier anschauen, das ist jetzt die spanische Sitzverteilung. Da gibt es die PP, die würde ich sagen, ist konservativ rechtsgerichtet. Und dann gibt es die FOX, das sind wirklich rechtsradikale Ultranationalisten. Die kommen auf fünf bis sechs, die koalieren jetzt wahrscheinlich miteinander. Die haben einen hohen Machtgewinn. Dann, wenn wir uns anschauen, was jetzt mit Emmanuel Macron passiert ist. Kian, du hast ja schon angesprochen, es wird Neuwahlen geben zum 30.06. Macron, Macrons Partei hat auch nur 14 Prozent bekommen. Also so viel, man könnte auch sogar sagen, 0,1 Prozentpunkte mehr als die SPD von Bundeskanzler Olaf Scholz. Macron hat gesagt, okay, ich ziehe die Konsequenzen daraus. Können wir gerade mal vorlesen. Boris Reitschuster schreibt hier in einem Tweet. Macron sagte nach der Europawahl gestern, Zitat, Ich habe ihre Botschaft, ihre Sorgen gehört und ich werde sie nicht unbeantwortet lassen. Und ich kann also am Ende dieses Tages nicht so tun, als ob nichts geschehen wäre. Bei Scholz kann man sich nicht mal vorstellen, dass er so etwas sagt. Er lächelt nur höhnisch und arrogant wie immer. Und ich garantiere euch, er wird so tun, als ist nichts geschehen. Denn genau das passiert ja gerade wieder. Es wird einfach nur, gehen Sie weiter bitte, es ist nichts passiert. Einfach weiterlaufen. Und das ist genau diese Situation, diese Konsequenzlosigkeit, die wir in Deutschland immer wieder sehen, dass du tun und lassen kannst im politischen Betrieb, was du willst. Es gibt keine Rücktritte mehr. Es gibt bei uns keine Rücktritte mehr. Ja, also Kern, wie siehst du die Situation jetzt gerade beispielsweise in Frankreich? Das ist ja schon ziemlich krass jetzt mit Belgien, was die Veränderung angeht. Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde den Weg, den Macron da gewählt hat, also der französische Präsident, im Vergleich zum belgischen Premier, also einen reinen Rücktritt, tatsächlich besser. Warum? Weil er sagt, ich bleibe an der Macht, solange wie sich geklärt hat, wen ihr als nächstes haben wollt. Das heißt, er kümmert sich weiterhin um das Land, um die Belangen des Landes, sagt aber ganz klar, rein demokratisch, ihr möchtet mich nicht mehr haben. Ich gebe den Menschen in einer Demokratie das, was sie haben wollen, die Möglichkeit, die Person zu wählen, die sie an der Macht haben wollen, damit diese dann das Land übernimmt. Das heißt, er hat nicht das Handtuch komplett geschmissen, das Abgeordnete hat gesagt, jetzt bin ich angezickt und gehe quasi meinen eigenen Weg und ihr kümmert euch selber, wie ihr das Land managt. Sondern er sagt, okay, Neuwahlen, bis dahin bleibe ich der Präsident und dann sehen wir, was draus wird. Das, finde ich, ist der Weg, wie man das machen sollte, wenn man einen hohen Stellenwert für demokratische Prinzipien hat. Richtig, wenn man sie hat. Und hier muss man aber sagen, Dekro mit sieben Prozent, das ist schon nochmal die Hälfte von dem, was Macron sagt. Irgendwann kannst du auch nicht sagen, ich bleibe nur noch eine Woche an der Macht, weil dieser Mann hat null Legitimation. Ich sage auch, mit 14 Prozent hast du keine Legitimation mehr, als demokratisch gewählter Präsident. Sind wir uns mal im Klaren. Normal solltest du im besten Fall, natürlich im besten Fall, solltest du 60, 70 Prozent haben. Warum? Dass ein Großteil der Bevölkerung wirklich an dich glaubt, an das, was du glaubst. Man hängt sich unten ein, die Leute marschieren zusammen, sie haben einen positiven Input, sie glauben an das Land, an sich selbst, an die Entscheidungen. Das ist der Optimalfall. Jetzt sprechen wir davon in Deutschland von 14 Prozent. Das heißt, nur noch 14 Prozent der Bevölkerung glaubt überhaupt an die Politik dieses Mannes und an die Partei. Und das wird so demokratisch weitergeführt. Bei uns sind Wahlen erst nächstes Jahr. Das musst du dir mal überlegen. Hier auch ein Kommentar zu dieser Situation jetzt gerade vom Spiegel. So nahbar der Kanzler sich für Genossinnen und Genossen gab, so distanziert blieb er für die Presse. Als der Spiegel Scholz im Gedränge fragte, ob er denn den Wahlausgang kommentieren möge, antwortete er mit einem knappen Nö und zog weiter zum nächsten Plausch, zum nächsten Selfie. Ich meine, das ist ja auch sehr effektiv. So hat es die Merkel damals auch schon gemacht. Probleme aussitzen, nicht ansprechen. Einfach das Schiffchen an sich vorbeisegeln lassen. Das zeigt natürlich auch eine unglaubliche Arroganz der Macht. Und damit die Leute mal ein bisschen verstehen, was hier auf sie zukommt, wenn manche hier denken, oh Gott, was ist denn hier in Deutschland passiert? Es gibt ganz andere, viel, viel heftigere, viel nationalistischere Parteien in Europa, als es beispielsweise die AfD ist. Meiner Meinung nach eine Light-Version, die AfD. Wenn wir uns mal anschauen hier, die ehemalige Front National, also woher Marie Le Pen eigentlich stimmt, ihr Vater noch ein absoluter Hardliner, der den Holocaust geleugnet hat. Ganz mal ganz kurz eingeblendet, 30 Sekunden ihre Rede, die sie jetzt direkt nach Wahlausgang der Europawahlen gehalten hat. Und ich picke mal die Statements raus und übersetze die aufs Deutsche. So, kommen wir mal zu den Schmankerl, was sie da gesagt hat, damit man sich im Klaren ist. Und diese Frau hat 30 Prozent in Frankreich erhalten und bei einer Wiederwahl wird sie wahrscheinlich jetzt gewählt werden. Zitat. Nennen Sie mir einen Grund, nur einen auf unserem Territorium Ausländer zu behalten, die mit einer totalitären Ideologie kollaborieren, die den Tod der Franzosen will. Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit, die mit der islamistischen Ideologie in Verbindung stehen, muss die Staatsangehörigkeit entzogen und sie müssen ausgewiesen werden. Die Franzosen, die die Ideologie des Feindes übernehmen, müssen vor Gericht gestellt und bestraft werden. Also auch wer mit dem Feind, damit dem Ausländer, den Islamist kollaboriert, der muss genauso bestraft werden. Da sieht man mal, was das für harte Aussagen sind hier. Die Gesetze existieren, sie müssen nur angewendet werden. Diese Gesetze werden ohne Abschwächung angewendet. Die Menge skandiert daraufhin, Marine Präsident, also Marine Le Pen muss Präsidentin werden. Zitat, Ich verspreche Ihnen, dass Frankreich in ein paar Wochen alle notwendigen Schritte unternommen haben wird, um von den S-Files, das ist eine Liste islamistischer Gefährder, geschützt zu sein und in völliger Übereinstimmung mit unserem Rechtsstaatsprinzip zu handeln. Radikale Moscheen werden geschlossen, Hassprediger ausgewiesen, der Salafismus und die Muslimbrüderschaft werden aufgelöst. Das sind noch Reden von einer ganz anderen Zeit, die jetzt hier geschwungen werden. Also für die ganzen verträumten Äffchen hier wieder im Lande, die meinen, oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Ihr habt keine Ahnung, was für eine Bewegung erwacht wurde aus der Unzufriedenheit der europäischen Bürger heraus, die jetzt gesagt haben, wir wollen, dass das hier herrschende Regime oder die hier herrschende Politik der europäischen Parteien in den letzten Jahren einfach nicht mehr haben. Es ist halt extrem polarisierend. Hier diese Rede von Marine Le Pen, die eckt auf jeden Fall an. Da muss man sagen, die Politik, wenn man auch einen Blick nach Amerika wirft, Donald Trump, was der dann in seinen Reden sagt, die Leute ecken halt an, weil sie damit gewählt werden. Ob diese Person das dann so differenziert auch meint und so umsetzt, ist dann natürlich wieder eine andere Frage. Wir wissen ja, wie das mit Wahlversprechen ist bei den Politikern überall. Aber eine Sache, auf die ich jetzt gerne eingehen würde, Philipp, und zwar gibt es von der Tagesschau zu Deutschland so eine interaktive Grafik, bei der du auswählen kannst, nach Alter, Geschlecht, Bildung, Tätigkeit und finanzielle Lage, wer welche Partei gewählt hat. Und wenn wir da einfach mal einen Blick drauf werfen, um jetzt mal zu Deutschland zu kommen, wer wählt wen? Erstmal den groben Überblick hier mal eingeblendet. Die Union mit 30 Prozent, ganz weit vorne. Die AfD mit 16 Prozent, als zweitstärkste Kraft. Danach SPD 14, Grüne 12, Linke 3, FDP 5, Bündnis Sarah Wagenknecht 6 Prozent und andere 14. Das, was ich hier auf den ersten Blick sehe, ist, die aktuell amtierenden, regierenden Parteien, Grüne, SPD und FDP, haben verloren, also haben Stimmen verloren, während Parteien, die nicht an der Macht sind, inklusive Parteien, die neu sind, wie Bündnis Sarah Wagenknecht, unglaubliche hier 6 Prozent bekommen haben. Was heißt das? Einfach ganz objektiv logisch. Es wirkt erst mal so, okay, die Menschen im Land sind unzufrieden mit den aktuell amtierenden Parteien. Das hat auch dann erst mal nichts mit anderen Erklärungen zu tun. Das ist das Erste, was mir hier das Ganze zeigt. Wenn wir jetzt auf Alter gehen und einfach mal nach Alter sortieren, 16 bis 24 Jahre, weil es waren jetzt die ersten Europawahlen, in denen ab 16-Jährige auch mitwählen durften und da haben sich die Grünen sehr, sehr stark für gemacht. Da können wir erkennen, dass das Bild ein bisschen anders aussieht. Auch hier ist die Union die stärkste Kraft mit 17 Prozent, aber hier ist die AfD sehr viel näher dran mit 16 Prozent. Das ist auch zweitstärkste Kraft, wie gesagt, aber deutlich näher dran. Grüne 11, SPD 9, Linke 6, FDP 7, Bündnis Sarah Wagenknecht auch 6. Also das ist schon mal sehr, sehr überraschend. Hat mich persönlich auch überrascht, dass die Grünen, deswegen schmunzelst du wahrscheinlich auch schon, Philipp, weil die sich ja so viel stark da eingesetzt haben, jetzt bei genau dieser Wählerschaft so schnell schlecht abgestimmt haben, oder? Kira, wir müssen uns da mal, da hat Marc Friedrich ein richtig geiles Video gepostet, das ich vorgestern gesehen habe. Das müssen wir mal kurz einblenden zu dieser Thematik Wahlrecht ab 16. Wählen ab 16? Definitiv ja. Das ist echt ein Unding, dass viele von euch noch nicht mitwählen können, obwohl ihr eine Ausbildung macht, Steuern zum Teil zahlt und vor allen Dingen eine vollkommen klare politische Meinung habt. Wir senken das Wahlleiter für die Europawahlen ab 16 ab. Es war ja die Baerbock, die das hier gesagt hat und es waren immer das linke Spektrum, das gesagt hat, Wahlrecht ab 16. Ich bin da selber sehr kritisch. Grundsätzlich völlig egal, wie das jetzt ausläuft, ob es jetzt AfD oder CDU oder was auch immer. Ich meine, wenn ich noch nicht mal bis, also ab 16 darf ich sowieso erst Alkohol trinken, Bier und so, aber ich darf ab 18 Jahren erst Auto fahren, ob dann Wahlrecht schon gut ist. Ja, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Was jedoch klar ist, die linken Parteien haben gedacht, sie indoktrinieren die Jugend am effektivsten durch das Schulsystem und dann durch die Universitäten. Wir wissen ja, wo linkes Gedankengut eben reinkommt. Sie haben sich gedacht, wir kriegen die so manipuliert, dass sie dann für uns wählen werden. Ich bin selbst sehr erstaunt, muss ich sagen, wirklich erstaunt, dass das so nach hinten gegangen ist, dass die AfD, es gibt auch andere Umfragen, da ist die AfD gleich auf mit der Union, also CDU und AfD sind gleich stark, was das Wahlverhalten und die Einstellung der Jugendlichen angeht. Kern, ich darf dich erinnern, als man uns das vorgeworfen hat, Indoktrinierung der Jugend. Leute, ich glaube, eine ganz andere Sache ist hier faktisch so, weil so viele Jugendliche erreichen wir gar nicht. Um was es hier geht, ist, dass die Jugend beispielsweise in den Schulen eine ganz andere Realität erfährt, als das, was die Politik uns weismachen will. Das heißt, in vielen Teilen Deutschlands, wo sie zur Schule gehen, da sind sie noch zwei, drei, vier, vielleicht fünf Deutsche in der Klasse von 25, 30 Leuten. Wir sehen immer wieder, wie aggressiv das Umfeld ist, wie sehr die Sicherheit gesunken ist, das Sicherheitsempfinden gesunken ist, wie stark durch die PKS, die polizeiliche Kriminalitätsstatistik hat es ja gezeigt, eine Explosion der Migrationsgewalt, das kriegen die Schüler ja mit, die wissen ja, wer geschellt wird. Wir sehen oftmals diese Videos, wie junge Mädchen und Jungs gepeinigt und missbraucht werden, geschlagen werden, als scheißdeutsche Kartoffel bezeichnet werden und ich denke, das hat definitiv dazu geführt. Kian, du wirst wahrscheinlich sagen, die performen aber auch, also die AfD ist sehr stark, was ihre, ja, wie sagt man, Jugendarbeit angeht? Man muss ganz klar sagen, die soziale, Social-Media-Präsenz der AfD ist ja mit Abstand die größte. Dementsprechend und ich würde jetzt auch nicht sagen, zwangsläufig 16- bis 24-Jährigen sind die am meisten befähigsten und vernünftigsten Wähler, aber es ist auf jeden Fall ein valides Argument, wenn du zur Schule gehst und nutzt öffentliche Verkehrsmittel. Ich würde sogar sagen, das größte Problem in Deutschland ist einfach aktuell innere Sicherheit und Migration mit natürlich auch anderen Problemen wie Inflation und so weiter oder politisches Fehlverhalten, aber das merken halt, merkt diese Zielgruppe vor allem am meisten. Man muss aber auch ganz klar sagen, hier, Bündnis Sarah-Wagenknecht 6%, FDP 7%, Union 17%, also hier wird vieles gewählt, was einfach nicht oder mehr konservativ ist. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, als ich noch in die, ich glaube, in die 10. oder 11. Klasse gegangen bin, da habe ich mich mal mit einer, mit einer Mädel aus der Klasse unterhalten und da war Fridays for Futures ein großes Ding und die hat gesagt, hey, wenn ich wählen kann, wähle ich die Grünen und da habe ich gefragt, warum und dann hat sie gesagt, ja, weil die Grünen, die werden wahrscheinlich dafür sorgen, dass man weniger Schule hat und weniger Arbeit hat und kürzere Arbeit. Also, das war so der Eindruck, den man da bekommen hat, ob sich das jetzt mittlerweile ihre Meinung geändert hat, weiß ich nicht. Was wirklich die Beweggründe hier sind, kann man, das ist halt jetzt hier Spekulation, es ist auf jeden Fall Fakt, die AfD ist in den sozialen Netzwerken auf TikTok mit Abstand die Größen, ob das daran liegt, dass sie die Probleme ansprechen, die diese Zielgruppe hat oder ob es daran liegt, dass sie einfach ihre Argumente einseitig und sehr, sehr direkt aussprechen und simple Lösungen für komplexe Probleme bieten. Es wird mit Sicherheit irgendwo da in der Mitte liegen, aber diese gleichen Ansätze, die die AfD ja verwendet, weshalb die AfD auf den sozialen Netzwerken so groß ist, die können ja die anderen Parteien auch anwenden. Deswegen, ich weiß nicht, wie ich persönlich dazu stehe, was für mich hier auf jeden Fall eindeutig ist, dass die Jugendlichen zwischen 16 und 24 auch kein Interesse oder nicht das gleiche Interesse wie die Älteren an den aktuell amtierenden Parteien haben. Da ist der Vergleich extrem krass, wenn du auf jetzt 70 und älter gehst und siehst, dass hier plötzlich die Union in ihrer Zustimmung explodiert. Hier sind es 46 Prozent, direkt dahinter die SPD mit 23 Prozent und alle anderen Parteien, Grüne 7, AfD 8, FDP 5, Bündnis Wagenknecht 6 und Linke 2. Also alle anderen so irgendwo zwischen 5 bis 7 Prozent rumschwirren, während die älteren Menschen in der Bevölkerung nur die Altparteien Union und SPD wählen. Also krasse Disparität hier zwischen den Älteren, die die gleichen Politiker oder die gleichen Parteien wie schon immer haben wollen, während die Jüngeren hier einen Wechsel scheinbar haben wollen. Ja, das ist wirklich interessant und guck mal, am Ende des Tages, solange die Politik weiter so tut, als existieren diese Probleme nicht und die Menschen, die sie äußern, sind einfach nur Idioten, sind ungebildet, sind dumm, das ist eine Mehrheit, dann kokettieren sie immer mit ihrer Nazi-Geschichte und tun Millionen Menschen als Nazis bezeichnen. Solange Höchststrafen gefordert werden für das Gröhlen von besoffenen Blödsinn wie auf Sylt, gleichzeitig aber Messerstecher und Vergewaltiger wieder und wieder und wieder mit milden Strafen davon kommen, solange wächst dieser Volkszorn immer weiter an und immer weiter an und der entlädt sich dann eben darin, dass Leute sagen, okay, ich wähle den Gegenentwurf zu dem, was ihr wollt und wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, die Ergebnisse in Europa hier, da gibt es eine schöne Europa-Karte jetzt, wo man das in Farben eingezeichnet sieht, das ist ein bisschen, wie ich finde, das tut ein bisschen die Sache verzerren. Man sieht hier beispielsweise viel Schwarz und dann in Zentraleuropa beispielsweise Österreich mit der FPÖ, Frankreich mit Rassemblement National und das ist also die Partei von Marie Le Pen und dann den Flamen in Belgien, das sind dann sehr, sehr rechtsgerichtete Parteien, wenn man das so nennen möchte, aber viele andere Schwarze auch, während bei uns in Deutschland AfD. also die CDU ist per se für mich keine konservative Partei. Ich glaube auch, das ist ein bisschen so, das, was die meisten Leute, das Wahlverhalten der Deutschen läuft wie folgt, die haben damals die CDU gewählt unter Merkel, nach 16 Jahren Merkel und 2015 Masseneinwanderung ungeprüft, wir schaffen das, egal wie, einfach mal machen, Experiment, Millionen von Leuten reinholen, meistens Männer, dann haben sie gesagt, okay, das geht nicht weiter, wir wählen den Olaf Scholz, dann haben sie gedacht, oh mein Gott, der Olaf Scholz ist ja ein Versager seines Gleichens, was die hier machen, die zerstören unseres Land, was machen sie jetzt wieder? Wir wählen jetzt wieder die CDU. Also der Urheber des Problems wird kurz weggeschoben, dann wählen wir jemand anderen und dann kommt wieder der Urheber des Problems her, weil sie denken, jetzt wird es irgendwie anders gemacht. Das ist übrigens die Definition von Wahnsinn laut Albert Einstein, etwas immer wieder und wieder zu tun und dabei andere Ergebnisse zu erwarten. Was wir machen und was viele Leute in diesem Land machen, ist die Verhaltensweise des Wahnsinns, immer wieder das Gleiche zu tun und zu hoffen, dass andere Ergebnisse zu kommen, es werden nicht andere Ergebnisse kommen. Denn wenn eine CDU sagt, jetzt schon, wir werden mit den Grünen koalieren und viele gesagt haben, bloß nicht die Grünen, ich wähle alles außer Grün und dann geben sie einer Partei die Stimme, die als erstes sagt, wir koalieren wieder mit den Grünen, was für undenkbar gewesen wäre in Europa unter einem beispielsweise Franz-Josef Strauß wäre es absolut 100% undenkbar, dass eine CDU, die damals noch eine konservative christliche Wertepartei war, dass die mit den Grünen koaliert. Heute? Ja, gut, wer sich anbietet, mit dem machen wir halt Politik. Deswegen, ich glaube, da wird es für viele Leute noch ein komisches Erwachen bekommen, wenn sie denken, sie geben einer Partei die Stimme, damit es einen Wandel gibt, sie wählen dann aber wirklich wiederum, welche, die mit den Leuten koalieren, die die Probleme jetzt überhaupt erst wirklich so stark angeheizt und mit verursacht haben. Ja, also ganz kurz dazu mal meine Meinung, das war jetzt deine Meinung, Philipp, ich sehe es ein bisschen anders, in Sachen Koalition mit den Grünen, wenn die CDU wirklich eine Koalition mit den Grünen machen würde, dann würde, also wenn das so angekündigt wäre, dann würde sie für mich auch nicht mehr wählbar sein, muss ich ganz klar so sagen, ich äußere mich da ja sehr selten zu, aber ich sehe es nicht so tatsächlich, ich sehe, du hast jetzt gesagt, die CDU, die wurde immer wieder gewählt, ja das stimmt, aber die Politiker verändern sich ja, die Partei mit ihren Werten ist ja eigentlich das konservativ, was man haben möchte, ob sie das jetzt in Vergangenheit nicht umgesetzt haben, kann man ja optimistisch sein und sagen, hey, die haben jetzt gesehen, was passiert ist, die haben gesehen, wie es schief gelaufen ist, die einzelnen Politiker in den Reihen haben sich geändert, da kann man optimistisch drauf blicken und sagen, die werden das jetzt wieder in Ordnung bringen, weil unter der CDU gab es auch gute Zeiten für Deutschland, das ändert und hängt halt an den Personen, nicht nur an den drei Buchstaben der Partei, aber wie gesagt, da bist du dann eher pessimistisch, sagst, das ändert sich wahrscheinlich eher nichts, ich bin da eher optimistisch, ich meine sogar, der Generalsekretär der CDU hatte sich gegen eine Grün-Koalition ausgesprochen, aber andere dann für, ich weiß es auch nicht, am Ende des Tages weiß man es erst, wenn es passiert, das mal kurz dazu, aber was auf jeden Fall eindeutig ist, es sind sehr, sehr viele auch Wähler dabei in dieser Wahl, die bewusst eben eine andere Partei gewählt haben, aus Protest gegenüber der aktuellen Regierung und sagen, es wird sich nichts ändern, sofern sich etwas komplett ändert, also wirklich mal eine Partei oder eine Koalition an die Macht kommt, die so gar nicht erst an der Macht war, das steht auf jeden Fall fest in diesen Wahlen und jetzt würde ich sagen, Philipp, wenn wir mal bei der gleichen interaktiven Wahl Stimmanteil-Grafik schauen, von der Tagesschau, dann sehen wir, wenn wir auf Bildung gehen und nach Bildung sortieren, gibt es einfach, mittel und hoch, bei einfach hat die Union 38%, AfD sogar 22%, SPD 18% und die Grünen nur 4%, wenn wir auf hoch gehen, also hohe Bildung, sieht es plötzlich anders aus, da ist zwar die Union immer noch mit 27% ganz oben, die Grünen haben jetzt aber statt 4% 18%, sind hier die zweitstärksten, die AfD nur noch 10% und die SPD 13%, Philipp, was sagst du dazu? Ich sage, das definiert und hebt den Begriff Bildungsidioten hervor, ganz klar, denn erstens mal, wenn wir davon ausgehen würden, dass hochgebildete Leute eher die Grünen wählen und wir schauen uns dann an, wer sitzt denn als Vertreter der Grünen in der Politik und wir sagen ja alle, ein Habeck hat nicht den blassesten Schimmer von dem, was er da eigentlich redet. Eine Frau Baerbock hat teils Probleme, selbst einfachste Sätze zu bilden. Sie macht sich auf der internationalen Bühne regelmäßig lächerlich. Wenn wir uns eine Ricarda lang anschauen, dann lassen wir das genau so stehen. Ich will damit nur sagen, wer mir sagen will, dass das die Wahl von gebildeten Leuten ist. Kian, ich darf dich erinnern, der Iran damals, was war denn in der großen Revolution des Iran? Wen haben die ganzen Studenten denn wieder hergewollt? Die Mullahs, die aktuell islamistische Regierung, die jetzt aktuell den Iran unterdrückt. Also die Mullahs war eine Bewegung, die aus der Studentenschaft herauskommt. Das sind ja die gebildeten Leute. Die gebildeten Leute haben die Extremreligiösen gewählt, von denen heute alle sagen, oh mein Gott, die zerstören das Land und die bringen Unsicherheit über die ganze Welt. Die wollen Atombomben haben, das müssen wir verhindern. Also ich bin immer vorsichtig mit diesem Thema Bildung, was teilweise für Ideologien aus unseren Universitäten herauskommen. Das sind für mich absolute Bildungsidioten. Die haben es vielleicht geschafft, in kürzester Zeit sich ein Buch in den Schädel reinzuballern und irgendwelche Dinge auswendig zu lernen. Aber ob das nachher sinnvoll ist von der Entscheidung her und ob das nah am Leben, an der Lebensrealität ist, das stelle ich hier mal in Frage. Für mich, Philipp, ganz klar, du hast es gerade genannt, bei den Grünen, Stichwort Baerbock und Habeck. Wir haben einmal den Kinderbuchautor, wahrscheinlich der schlechteste Wirtschaftsminister, den das Land jemals hatte und dann Baerbock, die schlechteste Außenministerin aus politischer Ebene von dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder kritisiert, von allen kritisiert, global Deutschland zum Clown gemacht. Annalena Baerbock, das sind doch keine Menschen, die in irgendeiner Weise auf politischer, weil das ist, das sind die Tragenämter, die politisch gesehen global die Bundesliga sind. Deutschland ist vom BIP das viertstärkste Land der Welt. Da kannst du nicht solche unqualifizierten Menschen in diesen Positionen haben. Das geht einfach nicht und das sind eben sehr, sehr abverlangende, schwierige und hoch anspruchsvolle Positionen, die müssen Leute belegen, die auch die Qualifikation dafür haben und auch wissen, wie sie in solchen Situationen umzugehen haben und diese zwei Menschen, alleine diese Menschen und das ist das, was ich davor gemeint habe, die meisten, die die Grünen wählen, wählen die Grünen, den Begriff die Grünen, aber nicht die Menschen, die dann wirklich in der Politik bei den Grünen dahinterstehen und man muss auf die Menschen schauen, nicht auf die Parteinamen und nicht auf das, was die Partei eventuell umsetzen will. Baerbock und Habeck, diese zwei Menschen, da fallen leider einfach die Grünen für mich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, wenn man sich anschaut, was da passiert ist, komplett weg. So, das nochmal von mir an dieser Stelle. Philipp, was wollen wir uns als nächstes anschauen? Ich glaube, Kieran, da bist du nicht der Einzigste. Also, wenn wir uns mal ganz simple Schaubilder anschauen hier, Europawahl stärkste Kraft 2024 und wir schauen das jetzt uns nur in Deutschland eingefärbt an. Ja, da sieht man, an sich ist ganz Deutschland jetzt schwarz-blau. Das ist Fakt. Man kann sagen, der südliche, der östliche und Teile des Nordens sind schwarz und damit CDU. Im süd-ostöstlichen Teil ist es dunkelblau gefärbt, weil es da die CSU ist und der gesamte Osten bis auf einen ganz kleinen Teil, das ist Berlin, ist klar. Und ich weiß gar nicht, was ist das hier nur? Potsdam, Mittelmark, das ist schwarz, also CDU. Sonst ist der gesamte Osten ist blau. Also ist AfD. Das hier auch weiter zu leugnen, ich muss da schon sagen, die Art der Politik, die da geführt wird, die kann dieses Land nicht voranbringen, weil wenn ich sage, okay, Deutschland ist jetzt in zwei Farben gehüllt, AfD im Osten komplett dominierend und die CDU im restlichen Deutschland und dann sagt ein Friedrich Merz, ich baue eine Brandmauer, also eine sehr undemokratische Haltungsweise gegenüber einer anderen Partei auf, ich ignoriere den Wählerwillen, ich ignoriere, dass die jemand sind, dass die einflussreich sind, dass die viele Millionen Wählerstimmen bekommen haben und ich baue eine Brandmauer auf. Obwohl die meiner Meinung nach sehr viele Schnittmengen haben eigentlich, das ist sehr, sehr undemokratisch. Da sind wir wieder dabei, die Behauptung, man sei interessiert an Demokratie, die Behauptung, man will undemokratisches Verhalten verbieten, während man sich selbst sofort sichtbar undemokratisch zeigt, meiner Meinung nach hier. Meiner Meinung nach, wenn Deutschland vorankommen will, dann muss man jetzt schauen, okay, was haben wir für Schnittmengen, also diplomatisches Vorgehen, was können wir tun, welche Gemeinsamkeiten haben wir, welche Probleme haben wir, welche davon wollen wir wieder angehen, Thema Migration, Thema innere Sicherheit, Thema Energiesicherheit, Thema Arbeitslosigkeit in Deutschland, wir haben so viele massive Probleme, Thema Sozialsystem, die Überlastung des Sozialsystems, wenn wir schauen, in wie vielen Krankenhäusern wir immer mehr Probleme haben, Krankenhäuser geschlossen werden, wir in Altersheimen riesige sozialstrukturelle Probleme haben, wir haben so viele Probleme in diesem Land, da sollte man nicht Brandmauern aufbauen, sondern man sollte schauen, welche Gemeinsamkeiten hat man, wie kann man sich gegenseitig unterstützen, um gemeinsam den Karren wieder aus dem Dreck zu holen. So und jetzt in Sachen Gründe, was sind die Ursachen dafür, dass dieser Rechtsrutscher in Europa, nicht nur in Deutschland, in Europa, wir haben ja schon ausgeführt, wie das in anderen Ländern deutlich stärker war, passiert ist. Und da will ich jetzt einfach mal eine Meinung einer Person vorlesen, die, wie ich so sagen würde, nichts mit Deutschland und der deutschen Politik oder einer politischen Seite in Deutschland zu tun hat. Das ist ein zufälliges Beispiel hier einfach von Twitter, Alex Krüger, das ist ein Ökonom, technischer Analyst im Kryptoraum, eine bekannte Persönlichkeit. Der schreibt hier folgendes, der jüngste Rechtsruck bei den EU-Wahlen kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden. Erstens, Inflation. Die Wähler sind zunehmend besorgt über die steigenden Lebensunterhaltkosten, was zu Unzufriedenheit mit dem Status quo führt. Würde ich sagen, Philipp, das ist auf jeden Fall einer der Gründe, massiv eine Krise. Absolut. Da muss man auch drüber sprechen. Diese Krise hätte jede andere Partei auch gehabt, aber wie sie bewältigt wurde, wie damit umgegangen wurde, das ist hier fatal gewesen. Dann der nächste Punkt, Einwanderung. Es herrscht der Eindruck, dass die etablierten Parteien sich nicht ausreichend mit Einwanderungsfragen befassen. Auch das würde ich sagen, Ich würde weitergehen. Sie wollen die Einwanderung und sie pushen immer weiter und immer weiter noch stärkere Einwanderung zu haben. So ehrlich und so direkt muss ich das mal sagen. Es wird hier absolut nichts getan, Gefährder aus dem Land zu bringen, Leute, die hier nichts zu suchen haben, aus dem Land zu bringen. Der Sulaiman erst aus Mannheim war jahrelang hier, obwohl er hätte gar nicht mehr hier sein dürfen und es wird absolut nichts dagegen getan. Genau, also Einwanderung als nächster Punkt. Dann Führung. Ein wachsendes Gefühl der Frustration gegenüber der derzeitigen Führung und ihrem Umgang mit verschiedenen Krisen, darunter Covid-19 und der Krieg in der Ukraine. Auch hier, wie umgegangen wird, wie sich Deutschland beispielsweise gegenüber Russland und der Abhängigkeit bei russischem Gasverhalten hat, die Nordstream-Affäre und so weiter, Covid-Situation, all diese Sachen, das hat ja die aktuelle politische Regierung so vermasselt. Auch hier würde ich sagen, korrekt analysiert und wiedergegeben. Was sagst du, Philipp? Definitiv. Also es gibt viele Leute, wenn ich mit Menschen spreche, die sagen, eine der mit die größten Ängste der Zukunft ist, gerade wenn sie junge Kinder haben. Ich habe erst mit einem gesprochen, der sagt, ich will nicht, dass mein Kind irgendwann an der Front landet im Kampf gegen Russland. Wir sprechen davon, dass Boris Pistorius, der aktuelle Verteidigungsminister, ganz klar so sagt, in den nächsten drei bis fünf Jahren muss Deutschland kriegstüchtig sein gegen Russland. Also klarer, deutlicher kann man es nicht sagen. Und davor haben viele Leute Angst. Angst, die Art, wie das immer weiter eskaliert wird, immer weiter hochgeschaukelt wird. Es ist keiner mehr da, der sich irgendwie, der die Hand reicht, der sagt, wir sind an ehrlichen Friedensverhandlungen bereit. Nein, es werden immer nur neue, noch größere Pakete geschnürt, meistens Waffen, Milliardenpakete. Es, überall haben wir Probleme im eigenen Land und es wird mit dem Schaufelbagger Geld ins Ausland gekarrt für Waffen, die Menschen töten, gegen einen anderen Feind gerichtet. Und ich glaube, da haben viele Leute erstens mal Angst und sie wollen das nicht mehr. Genau, und als letzten Punkt hier nennt er Euroskepsis. Viele Menschen stehen der EU und ihrer Politik zunehmend skeptischer gegenüber, da sie das Gefühl haben, dass die nationalen Interessen durch die EU-Richtlinien untergraben werden. Und das sind so die vier Punkte. Finde ich sehr nüchtern, sehr, sehr objektiv, einfach so genannt, wie es halt ist. Ich würde vielleicht noch einen weiteren Punkt anführen, der ja aber auch irgendwo hier mit unterspielt, beziehungsweise Teile der Punkte mit ein Fest und das ist einfach innere Sicherheit. Die einzelnen Länder haben das Gefühl, ihre innere Sicherheit ist einfach nicht mehr da, die ist nicht mehr gegeben, die Grenzen sind irrelevant. Ja, also Kean, wenn man da mal ganz kurz, nur um die Leute mal wieder abzuholen, weil es war ja bei Mannheim so, oh mein Gott, was habe ich da gesehen, was ist da passiert, dieser kurze Aufschrei. Nur mal jetzt ganz, ganz aktuell, weil sie denken irgendwie, das geht jetzt nicht so weiter, es geht jeden Tag so weiter. Schrecklicher Angriff in Frankfurt, Afghane 19 sticht Frau mit Messer in den Hals, sie flüchtet, stolpert, er sticht weiter zu. Jetzt, vor wenigen Tagen, gerade eben passiert. Lesen wir ein paar weitere Schlagzeilen. Mann bei Messerangriff in Zug verletzt, Tatverdächtiger stellt sich oder unbekannter sticht Joggerin auf Waldweg nieder. Der Täter ist noch auf der Flucht. Leute, die einfach nur irgendwo unterwegs sind in diesem Land, die auf einer Parkbank sitzen und dann kommt einer her und rammt dir das Messer in den Hals oder eine Joggerin, die einfach in ihrem Land ihren Sport betreiben möchte und die entweder von irgendeinem Busch gezogen wird und vergewaltigt oder die abgestochen wird und diese Dinge passieren jeden Tag und die haben das Sicherheitsgefühl der Menschen in diesem Land, wie ich meine, absolut zerstört. Ich weiß, es gibt immer noch welche, die in ihrem Kiez rumlaufen, hey, alles cool, ja, es passiert nichts, aber die meisten Leute, die haben ein massiv gestörtes Sicherheitsgefühl. Sie fühlen sich nicht mehr wohl und sie fühlen sich nicht mehr sicher in diesem Land. Absolut. Und als ich ein paar Freunde zu mir dazu gefragt habe, was für sie eigentlich das Hauptproblem oder der Hauptgedankenpunkt ist, bei dem sie aktuell sind in Deutschland, weil ich einfach einen Ausschnitt gesehen habe, ich meine, das war auch aus der Elefantenrunde, aber ich kann mich hier irren, also nagelt mich nicht fest, da hat ein Politiker auf jeden Fall behauptet, das größte Problem, um das sich in Deutschland aktuell gekümmert werden sollte und an das die Menschen denken sollten, sei der Ukraine-Krieg. Da habe ich mir einfach gedacht, okay, ich rufe mal ein paar Freunde von mir in Deutschland an und frage sie, was würdest du sagen, womit bist du am unzufriedensten aktuell in Deutschland, was ist das größte Problem und das, was mir genannt wurde, ist innere Sicherheit. Das ist das, was ich so aus dem Ganzen erschließen konnte. Das setzt sich natürlich aus verschiedenen Punkten zusammen. Migration, aber es ist nicht nur Migration, es sind auch andere Dinge. Es hat was mit der konsequenten Ausführung und Ausübung der Exekutive in vielerlei Hinsichten zu tun, dass einfach das Strafmaß bei vielerlei Straftaten konstant gehoben ist und man das Gefühl hat in Deutschland, hey, wenn du dich falsch benimmst, dann passiert auch ordentlich was. Das ist das, was ich so mitkriegen konnte. Ich wohne nicht mehr in Deutschland, das heißt, ich kann es so nicht mehr wiedergeben. Für mich der Grund zum Auswandern damals waren mehrere Dinge, mitunter auch innere Sicherheit, aber auch viele andere Dinge, haben wir ja in verschiedenen Podcast-Folgen schon drüber gesprochen. Aber Philipp, was würdest du sagen, was ist in Deutschland das größte Problem aktuell? Nun, es ist, wie das Kommentar, das du vorher vorgelesen hast, sehr richtig. Es sind unterschiedlichste Probleme, aber auch auf der europäischen Ebene, dass die Europäische Union immer autoritärer über die Köpfe der Nationalstaaten hinweg entscheidet und das spüren die Leute ganz klar, wenn Dinge einfach diktiert werden aus Brüssel, die werden diktiert, die werden den Nationalstaaten mitgeteilt, wie es zu laufen hat. Und da hat Rolf-Dieter Krause, ehemalige ARD-Studioleiter, hat dazu einen Kommentar gebracht und mal die Gründe aufgezählt, die für ihn relevant sind, warum dieser Vertrauensverlust da ist. Ich sage nur mal ein paar Beispiele, woher der Vertrauensverlust kommen kann. Wir haben einen Bundeskanzler, dessen Rolle in der Cum-Ex-Affäre immer noch ungeklärt ist. Die Staatsanwältin, die ermittelte, hat entnervt aufgegeben und es regt eigentlich in der Politik und auch in den Medien kaum jemanden auf. Frau von der Leyen hat in Europa mit den Milliarden um sich geworfen, als sie die Impfstoffe besorgt. Sie tut alles, um keine Klarheit zu schaffen in der Pfizer-Affäre und ist trotzdem Spitzenkandidatin und hat jetzt wahrscheinlich gute Chancen, wieder Kommissionspräsidentin zu werden. Wir wissen inzwischen aus den Protokollen des RKI und des Expertenrates, dass die Kritiker der Pandemie-Maßnahmen sehr recht gehabt haben und dass uns Politiker damals belogen haben, dass es nur so kracht. Ja, und er benennt hier auch natürlich Ursula von der Leyen, die jetzt wahrscheinlich wieder europäische Ratspräsidentin wird, weil die CDU eben so viele Stimmen bekommen hat, die aktuell gerade in einen Korruptionsskandal involviert ist. Also die Behörden ermitteln jetzt gerade wegen Korruption gegen sie. Es geht um viele tausend gelöschte E-Mails mit dem damaligen CEO von Pfizer und Pfizer-Kontakten, also dem Pharmakonzern. Es geht darum, dass mehrere Millionen Impfdosen gekauft worden sind. Das Ganze wurde per WhatsApp damals kommuniziert für Milliarden Euro europäische Steuergelder. Und ja, da wissen viele, wenn wir wissen, was durch die RKI-Files rausgekommen ist, wie viel von den Dingen, die als Verschwörungstheorien bezeichnet wurden, jetzt sich als wahr herausstellen. Man muss eigentlich umgekehrt fragen, was hat sich bisher von den damaligen Verschwörungstheorien nicht als wahr herausgestellt? Dass da viele Leute ein großes Misstrauen haben. Und ich denke, das eint auch die Wählerschaft Europas, die sich gesagt haben, wir befassen uns nun eher mit Parteien, die eurokritisch sind, die eben nicht alle in einem Strom in eine Richtung marschieren, sondern die sich europakritisch äußern. Ich denke, das haben die Flamen auch gezeigt. Also das ist die Belgien, die sehr eurokritische belgische Partei vom Ministerpräsidenten Dekro, der jetzt zurückgetreten ist. Also die haben neue Stimmen geholt. Dekro hat ja nur noch sieben Prozent gekriegt. Und das wohlgemerkt im Land, in der Europäischen Union. In Brüssel sitzen sie ja alle. Und diese Leute selbst sind sehr kritisch. Ich denke, das zeigt eine allgemeine Verdrossenheit der bisherigen Politik gegenüber. Nicht Politik im Allgemeinen, sondern so, wie sie gemacht wurde, an der Bevölkerung vorbei, völlig ignorieren. Das Gleiche haben wir ja gesehen, wenn man sich die Wahlprogramme angeschaut hat, mal jemanden im Wahl-O-Mat gemacht hat. Ich habe es ja bei allen Parteien, bin ich es ja durchgegangen. Es gab nur zwei Parteien, wohlgemerkt. Beide sind sehr stark jetzt abgeschnitten, die sich für eine Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild eingesetzt haben in Deutschland. Alle anderen großen Regierungsparteien lehnen strikt ab, dass der Bürger auch nur einen Funken selber mitzubestimmen hat. Gleichzeitig nennen sie sich Demokraten. Sie sind aber nicht bereit, wahre Demokratie einzugehen. So, und jetzt habe ich viel gesagt hier. Es ist eine eine große Menge an Punkten. In jedem Land ist es wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich. Migrationsthema eint alle Länder, weil der eine mehr, der andere weniger. Wir haben es natürlich noch massiver übertrieben, aber auch in Italien, in Frankreich, in Spanien haben die massive Migrationsprobleme. Ich denke mal nur an die Ausschreitungen, die wir in Marseille hatten, wo die Autos gebrannt haben, 40.000 Soldaten geschickt worden sind, die mit Maschinenpistolen, Maschinengewehren rumgeschossen haben. Das war ja wirklich, das ist ja noch Kinderfasching, was da bei uns ist. Wenn du irgendwie denkst, Nordrhein-Westfalen, da gibt es irgendwie Massenschlägereien von Clans. Das ist ja gar nichts, gemessen an dem, was die kennengelernt haben bei den Ausschreitungen im Süden Frankreich rund um Marseille, wo die Armee ausrücken muss, um der Sachen nach einer Woche überhaupt mal irgendwann wieder Herr zu werden. Ja, Philipp, jetzt haben wir viel darüber gesprochen. Ich würde sagen, lass uns jetzt so langsam zum Ende kommen, zu diesem Podcast. Ja, wir leben aktuell in einer Zeit, in der sich gerade vieles ändert und in der man so gespalten ist wie noch nie. Und das finde ich, das ist was Schade an der Situation ist. Weil auch wenn ich persönlich sagen würde zum Beispiel, weil es ist aktuell wahrscheinlich die einzige Partei, bei der ich von den Regierungsparteien sagen würde, die würde ich niemals wählen. Das sind die Grünen, das würde ich so sagen. Trotzdem würde ich nicht die Meinung vertreten, dass jeder, der die Grünen wählt, ein Idiot ist. Und ich würde auch nicht sagen, dass jeder der Grün-Politiker ein Idiot ist. Weil so eine Unnötige alle über einen Kamm scheren und sich dann spalten und dann gegeneinander hetzen. Das bringt ja nichts. Man muss offen über die Probleme im Land sprechen und die Probleme ansprechen. Und es ist unglaublich wichtig, dass man sich auch mit Menschen, die eine ganz andere Meinung vertreten, unterhält, in die Diskussion geht und versucht Kompromisse zu finden. Deswegen an dieser Stelle, Leute, lasst uns gerne mal eure Meinung in die Kommentare wissen. Selbst wenn ihr eine ganz andere Meinung zu den Wahlen habt, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, die Demokratie nimmt ein Ende, so wie sie auch einige auf Twitter oder in den öffentlichen Medien behauptet haben, dann erklärt bitte, warum und inwiefern. Weil ich bin wirklich daran interessiert zu hören, was eure Meinungen sind, wenn ihr so eine Meinung vertritt, weil ich das nicht verstehe, wie die Demokratie ein Ende nehmen kann, als Resultat einer demokratischen Wahl, was ja der Kern der Demokratie ist. Und ja, Philipp, abschließend, was meinst du, glaubst du, Olaf Scholz tritt zurück? Ich halte alles für möglich heutzutage. Ich glaube es eher nicht. Ich halte es für unwahrscheinlich. Weißt du, es vergeht noch viel Zeit, bis eigentlich die nächsten Wahlen anstehen, nächstes Jahr. Sollte er zurücktreten, die sollten schon längst alle geschlossen zurücktreten. Das ist gar keine Frage für mich, wirklich. Also wenn es, wenn ein Schwur geleistet wird, Schaden vom deutschen Volk abzulehnen und die schwören das, dessen haben sie sich alle schuldig gemacht, dutzende Mal und deswegen müssten sie alle zurücktreten, werden sie es tun. Ich denke, die Chancen sind eher gering. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, lasst uns eure Meinung in den Kommentaren und lasst uns auch gerne wissen, wie ihr dieses Thema fandet. Ich muss sagen, es war ein interessantes Thema, mal darüber zu sprechen. Philipp, das war es von der Podcast-Folge. Lasst uns gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.